Nachdenkseiten Die kritische Website Deutschlands drohender Abstieg Wertebasierte feministische Außenpolitik wichtiger als wirtschaftliche Kooperation mit China Von Christian Wagner Beim Besuch des chinesischen Premierministers Li Zhang Ende Juni 2023 in Deutschland wurden Verhandlungen mit der Wirtschaft für den Klimaschutz und zu Win-Win-Kooperationen geführt Doch die Realität steht dazu im Gegensatz So zeigte der dreitägige Besuch der grünen Außenministerin Annalena Baerbock im März 2023 die Abhängigkeit der deutschen Außenpolitik von den USA und das drohende Abrutschen Deutschlands als Verhandlungsmacht Li Zhang erklärte bei der Zusammenkunft mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 19. Juni die hohe Relevanz gemeinsamer Entwicklungen, Sicherheiten und Stabilität Es geht um Zusammenarbeit Für die chinesische Kultur sind jedoch tatenweit wichtiger als Worte So kam es in Folge seiner Reise zu einem Treffen mit rund 30 Vertretern der deutschen und chinesischen Wirtschaft Mit dabei waren Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz, MBW, Schaeffler, BASF, Covestro, Wacker Chemie, Merck, SAP und Allianz Es gab intensive Gespräche über eine weitere Öffnung seitens Chinas und auch Vertragsabschlüsse die für viele weitere Jahre in Deutschland und China Arbeitsplätze sichern, Aufträge generieren und somit Wohlstand und Stabilität fördern Chinas Erfolg ist von Reformen gekennzeichnet Deshalb versperrt sich China auch ausdrücklich nicht vor konstruktiven Gesprächen die Entwicklungen fördern und somit das Leben der Menschen verbessern und das gerade in Zeiten, die von Krisen und Unsicherheiten gekennzeichnet sind Unglücklicherweise werden solche Projekte und künftige Synergien von der deutschen Regierung aktiv entgegen der Volks- und Wirtschaftsinteressen sabotiert So besuchte nur wenige Monate vorher, am 13. April 2023, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erstmalig China Kurz vor dem Flug machte sie klar, dass sie keine Abstriche in ihrer werteorientierten Außenpolitik in Peking machen wolle Als überzeugte antirussische Transatlantikerin forderte Baerbock China dazu auf, seinen Einfluss auf Moskau geltend zu machen und den russischen Angriffskrieg zu verurteilen Beim Zusammentreffen mit dem chinesischen Außenminister Qinggang kam es am nächsten Tag, wenig überraschend, zu einem maximalen Konfrontationskurs So sprach sie über mehrere Minuten lang vor der gesamten Presse über Taiwan von Menschenrechten und Unterdrückung von Minderheiten Sie wies darauf hin, dass das auch das Interesse der deutschen Wirtschaft sei Qinggang wies dies deutlich zurück Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen In Xinjiang gehe es zudem um Radikalismus und Separatismus ausländischer antichinesischer Kräfte Der chinesische Außenminister betonte ebenso, dass beide Staaten Länder der Vernunft und Denker sind und deshalb konstruktiv statt konfrontativ zusammenarbeiten können Die Position der grünen Ideologie zu vertreten und mit aller Kraft durchzusetzen, auch wenn es den Verlust von Kooperationen, Frieden oder sogar Leben bedeutet, geschieht nicht unversehens Es entspricht genau den außenpolitischen Positionen von Baerbocks Partei, die in Deutschland zu den aggressivsten Agitatoren gegen China und Russland gehört So konnte man zum Beispiel im Parteiprogramm der Grünen von 2021 die Haltung zur Volksrepublik nachlesen Die Partei stellt sich dort als wichtigste Aufgabe, Chinas interne Angelegenheiten wie Tibet, Xinjiang, Hongkong und Taiwan zu insultieren Auf Grundlage dieser Ausrichtung hat Wirtschaftsminister Robert Habeck Ende 2022 ein vertrauliches 100-seitiges Strategiepapier ausarbeiten lassen, um die Zusammenarbeit mit China zu reduzieren Deutschland sei zu abhängig von China und solle stattdessen mehr mit demokratischen Partnern handeln Dazu wurden im März 2023 bereits erste Schritte aus diesem Strategiepapier umgesetzt Robert Habeck will die Ausfuhr bestimmter deutscher Waren nach China beschränken und den Zugang chinesischer Unternehmen wie Huawei zum deutschen 5G-Markt einschränken Nun werden auch Export- und Investitionsbeschränkungen geprüft, wie es sie in den Vereinigten Staaten bezüglich Chinas bereits gibt Deutsche Wirtschaft braucht China Gegen diese wahnsinnige und selbstzerstörerische Politik gibt es in Deutschland Widerstand Auch in der Politik, aber vor allem in der deutschen Wirtschaft So bewertete Michael Schumann, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung die Entscheidungen Habecks bezüglich der Exportbeschränkungen als schädigend für die deutsche Wirtschaft Es müsse mit Gegenreaktionen gerechnet werden Auch Volkswagen als größter deutscher Handelspartner wird weiter in China investieren Die Prognose für 2023 schätzt einen Umsatz von 45,17 Milliarden Euro Weltweit gibt es kein Land, in dem Volkswagen mehr Umsatz generiert BASF, der größte Chemieinvestor in China, hatte 2015 einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro 2022 hat BASF in Changsian einen neuen Produktionsstandort mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 10 Milliarden Euro eröffnet und plant laut BASF-Chef Martin Brudermüller weitere langfristige Kooperationen Selbst Baerbock besuchte am ersten Tag ihres Aufenthalts in China das ansässige deutsche Wirtschaftsunternehmen Flender Limited Und dort erklärte man ihr die herausragende Bedeutung des chinesischen Marktes für die deutsche Wirtschaft Die Unternehmer, die nun im Juni beim Treffen mit dem Premier Li teilnahmen, sagten vielmehr, dass sie die Zusammenarbeit in Bereichen wie Innovationen, digitale Wirtschaft und grüne Entwicklung vertiefen wollen Sie wollen gegenseitigen Nutzen, Win-Win-Ergebnisse und gemeinsame Entwicklung erreichen und die derzeitigen durch grüne Politik geschaffenen Risikofaktoren eher reduzieren Innerhalb Chinas fanden während der Pandemie zudem massive Reformen im Bereich des Rechtsstaats statt Es gab ein Opening-up in der Agrarindustrie, wodurch nun ausländische Unternehmen mit lokalen Landkollektiven kooperieren können, sowie einfache Darlehensvergabe durch Banken So wird absehbar sein, ob die deutsche Wirtschaft in der chinesischen Agrarindustrie in den nächsten Jahren Vorreiter werden kann oder ob andere Staaten die Initiative ergreifen Einfluss der USA auf Deutschland und die EU Die absteigende Hegemonialmacht USA eskaliert ihren Wirtschaftskrieg gegen das aufsteigende China zunehmend Deshalb werden die Verbündeten der USA dazu gedrängt, sie bei diesem geopolitischen Konflikt zu unterstützen, auch wenn dies ihren eigenen Interessen schadet Um dies durchzusetzen, haben die USA transatlantische Einflussgruppen in allen europäischen Ländern In Deutschland sind dies, neben weiten Teilen der Massenmedien, vor allem Partei wie die Grünen und die FDP Doch nicht nur Europa ist bei der China-Politik zerstritten Auch die aktuelle deutsche Regierung hat keine klare Linie Scheinbar versuchte der deutsche Bundeskanzler mit Teilen seiner Partei SPD trotz massiven Drucks der Medien und Koalitionspartner Die komplette Deindustrialisierung und Zerstörung der deutschen Wirtschaft zumindest hinaus zu zögern Bundeskanzler Scholz sagte beim Treffen mit dem Premier Li, dass Deutschland nicht den Weg der Antiglobalisierung einschlagen An seiner offenen Politik festhalten, die Zusammenarbeit mit China weiter verstärken und die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit nach der Covid-Pandemie beschleunigen möchte Deutschland sei bereit, die Probleme in der bilateralen Zusammenarbeit durch Kommunikation und Dialog mit China zu lösen Es scheint innerhalb der Koalition noch Positionen zu geben, die im Sinne des Volkes und der Wirtschaft handeln wollen und auch US-Kräften entgegenlenken Brasiliens Präsident Lula zeigte im März Deutschlands Abstieg auf der Weltbühne Zugleich mit dem Besuch der deutschen Außenministerin traf Brasiliens Präsident Lula den chinesischen Präsidenten Xi Jinping Lula wurde in der ehrenwerten Halle des Volkes der chinesischen Hauptstadt empfangen Brasilien und China wollen enger kooperieren und gaben 15 neue Abkommen beider Länder mit einem Investitionsvolumen von rund 900 Millionen Euro bekannt Dazu zählen auch ein Besuch von Huawei und Kooperationen mit dem Technologiekonzern Während Deutschland Kooperationen mit Huawei künftig meiden will Der Besuch Baerbocks wird dabei von dem Besuch Lulas in sämtlichen Medien überschattet und zeigt den deutlichen Wandel der neuen Weltordnung So wurde Deutschland früher als größte Industrienation höchste Priorität und Respekt bei Besuchen gegeben Insbesondere für die klare neutrale Haltung und Nicht-Einmischung in interne Angelegenheiten Genau das, was der chinesische Außenminister als Länder der Vernunft und Denker bezeichnete Deutschland war vielmehr für ein hohes Maß an diplomatischer Sensibilität und zeitgleich für wirtschaftliche Kooperationen bekannt Dies bot Deutschland besonderen Verhandlungsspielraum auch für konstruktive Kritik Doch nun schwindet der Einfluss Deutschlands auf der Weltbühne und deutsche Besuche werden zweitrangig Das liegt nicht zuletzt an der wertebasierten Außenpolitik, Einmischung in innere Angelegenheiten und Entkopplung wirtschaftlicher Kooperationen im Sinne der US-Interessen Baerbocks Ahnungslosigkeit über China blamiert Deutschland Die Ermahnung zum Schutz von Menschenrechten trifft nicht grundlos auf Widerstand des chinesischen Volkes In China geht es um mehr als nur um das Individuum So wird jeder Mensch als Teil eines Kollektivs gesehen, schon seit tausenden von Jahren Entsprechend sieht es die Kommunistische Partei von China mit seinen 90 Millionen Mitgliedern als ihre Hauptpflicht, das Leben der Menschen zu verbessern 2021 veröffentlichte die Weltbank, dass die KPC seit 1980 über 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit hat Beim Besuch des Autors von ländlichen Regionen wie Baue Ding, Hebei, erzählen die Bewohner wie der Staat kostenlos Häuser gebaut hat, Ackerland mit modernen Technologien und Verfahren bewirtschaften ließ die Menschen ausbildete und gleichzeitig die Natur beschützt und gepflegt hat Die neue Schönheit führte sogar zu einem großen Tourismusboom Im Bereich der Inklusion arbeiten 43 chinesische Ministerien und Abteilungen eng zusammen um den 83 Millionen Menschen mit Behinderungen zu helfen So haben nach Zahlen der Chinesischen Behindertenföderation allein 2019 10,5 Millionen Frauen neue Wohnungen und Gesundheitseinrichtungen erhalten Ein weiteres Beispiel aus täglicher Praxis ist die Massage durch blinde Menschen So sind die am höchsten bezahlten Masseure blinde mit besten Empfehlungen In China gibt es 56 ethnische Minderheiten Um sie zu schützen, ihre Kulturen zu wahren und die Entwicklung zu fördern erhalten sie vereinfachten Zugang zu öffentlichen Einrichtungen oder Jobs China investiert massiv, um im gesamten Land mehr über seine Kulturen aufzuklären So ist eine ethnische Minderheit die der Uiguren Um an Universitäten zugelassen zu werden, brauchen sie beispielsweise eine geringere Punktzahl in den Zulassungsprüfungen als Han-Chinesen, die ca. 90% der Bevölkerung ausmachen Kein Chinese in China wird sagen, dass China bereits ein entwickeltes Land ist und alle Ziele erreicht sind Vielmehr sehen sich Chinesen selbst noch als Entwicklungsland, in dem noch unglaublich viel getan werden muss Wenn Kritik aus dem Westen kommt, ohne die Vorgänge im Inland zu verstehen schwindet der Respekt vor den Kompetenzen Baerbock zeigte nun eine solche Inkompetenz der Bundesregierung auf und blamiert Deutschland Deutschlands düstere Zukunft in der neuen multipolaren Weltordnung Der Besuch der deutschen Außenministerin zeigt deutlich, dass der interne Konflikt Deutschlands zwischen den Interessen der deutschen Industrie und der wertebasierten feministischen grünen Außenpolitik zunimmt Ihre Äußerungen, nach denen die deutsche Wirtschaft ähnliche wertebasierte Politik verfolge, entspricht nicht den Gegebenheiten Vielmehr wird die Industrie weiterhin Wege der Kooperation suchen Die multipolare Weltordnung ist eingetreten und die Europäer haben die Wahl Die erste ist die der Kooperation Das bedeutet Frieden und Wohlstand aller Völker der Welt Die Bedingungen dafür sind Respekt auf Augenhöhe Nicht Einmischung in interne Angelegenheiten und vor allem Respekt vor anderen Kulturen statt sie zu belehren, wie einst die Kolonialherren der Welt die Zivilisation gelehrt haben Die zweite Option ist wirtschaftliche und politische Isolation und Selbstzerstörung statt Kooperation Entscheidend wird dabei sein, ob sich die EU und vor allem einige größere EU-Staaten aus der Abhängigkeit von den USA befreien und diese durch eine eigenständige Außen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik im Interesse der eigenen Bevölkerung ersetzen können Kurzfristig ist jedoch nicht von einem Wandel auszugehen Schließlich haben zumindest in Deutschland die transatlantische, antideutsche Grüne Partei aber auch die FDP Regierungsverantwortung Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Wenn Sie auch noch PPE machen können, dann können Sie auch wieder von vielen anderen IT provider ich weiß, gerne über die Nummer aus denen Their joininnen und die Details von ihrer den Econ Demokratie